Gleich, gleich durch, gleich durch. Egal, nicht abschießen. Gehen wir zwar einige Punkte durch die Lappen, aber das ist mir jetzt mal relativ egal. So, das Level ist noch nicht vorbei, glaube ich. Da kommt noch ein bisschen was. Vor allem so die letzten drei, vier Level sind ziemlich lange. Oh, ich spring dich um, ich hau dich weg. Fledermäuse, ich fasse euch. Oh, nee. Oh, scheiße. Ja. Habe ich vorhin gesagt, das letzte Level ist gar nicht so schwer. Vergesst mein scheiß Gelaber von vorhin. Vergesst es einfach. Ja. In den nach folgenden Sendungen fangen wir. Ja, es kann wie gesagt alles noch etwas dauern. Wenigstens weiß ich, was mich jetzt erwartet. Obba da. Ja, ich hätte vielleicht vorhin diese Gegner kaputt schießen sollen, zumindest auf der zweiten. Damit ich diese Energiefrucht einsammeln kann. Aber hinterher ist mir immer schlauer. Na. Ich versuche wirklich die ganze Energie, die ich habe, bis zu dieser schwierigen Stelle rüber zu retten. Aber dort werde ich sie brauchen. Oh, diese verfickten Fledermäuse. Das ist asoziale Mistpacke. Das ist eigentlich ziemlich leicht an, dieses Level. Oh, Vorsicht. Was? Hm. Noch eine Saga. Hm. 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 Boah, das ist unfair. Das ist echt mies. Das ist so mies. Oh, ich kann gleich durch. Ja, genau. Spare ich auch ein bisschen Zeit. Den schieße ich wieder ab. Haben wir ein bisschen Zeit gespart. Man muss ja nicht alles abknallen. Obwohl es am besten ist. So. 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 Oh. Hoppala. So. Hilfe. So. 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 Achtung. So. 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 So.